konnichiwa meine freunde ich bin es wieder herzlich willkommen zurück heute gibt es etwas ganz spezielles habe ich neulich erst entdeckt bei jemanden er hat sich das angeschaut angehört ich dachte mir okay ich gucke hier nicht weiter paar sekunden reichen erstmal ich gucke mir das mit euch gemeinsam an und zwar anna b mit dem song pardon me i have to go now eine japanische band sehr cool die ein oder anderen sind uns bekannt und ja ich bin gespannt was abgeht ich habe schon ein bisschen was gesehen bin ich ehrlich nicht viel aber ein bisschen und es wird viel versprechen ich würde sagen wir gestatten direkt rein und legen los auf 321 go oh ich bin gespannt es wird wild denke ich mal ich bin gespannt es wird Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sayonara ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017